Heute mal mit einem etwas anderen Video auf meinem Kanal und zwar hat Lillet Games eine neue Währung in das Spiel hinzugefügt. Das heißt für diejenigen, die eventuell öfters mal in das Game investieren oder vielleicht auch für diejenigen, die jetzt vorhatten, eventuell mal in nächster Zeit mal ein Zehner, ein Zwanny oder was auch immer in das Spiel zu investieren, habe ich eine coole neue Info für euch, mit der ihr 5% Bonus erhalten könnt. Und zwar hat Lillet Games eine neue Währung in das Spiel hinzugefügt, die jetzt so an sich nicht selber in diesem Spiel existiert. Die man über eine andere Seite kaufen muss. Lillet Games hat dazu auch was auf ihren Social Media Kanälen gepostet. Ich kann euch da eventuell auch mal ein Screenshot dazu einblenden. Und zwar kann man ja unter dem Punkt Shop sich hier verschiedene Sachen kaufen, Bundles hier für 6 Euro, 23, 24 Euro, was auch immer. Und ich würde sagen, ich switche einmal ganz kurz rüber und zeige euch, wie das Ganze funktioniert. So, ich bin jetzt hier auf dieser Seite angekommen. Ich packe euch den Link dazu natürlich auf jeden Fall auch nochmal in die Videobeschreibung. Ihr könnt es sehen, Plutomall x Lillet Games. Das Ganze ist auch keine Verarsche, kein Fake oder so. Afkarin hat das ja auch selber auf ihren Social Media Kanälen gepostet. Und ihr seht hier oben auch schon direkt eingeblendete, wenn du über diese Webseite bezahlst, erhältst du gratis 5% zusätzlich. Was auf jeden Fall schon mal ganz nice ist. Ihr müsst euch zuerst natürlich hier einmal auf dieser Seite anmelden mit eurem Spielkonto. Ihr könnt es sehen. Das könnt ihr einmal mit einem Verifizierungscode machen, indem ihr eure E-Mail-Adresse eingibt. Dann erhaltet ihr diesen Code, gebt den ein, könnt euch anmelden oder ihr macht das Ganze dann eben mit dem Passwort. So, ich bin jetzt angemeldet. Ich konnte meine E-Mail-Adresse und sowas jetzt nicht zeigen, da ich sonst meinen Wohnsitz und sowas geleakt hätte. Aber ich bin hier angemeldet. Ihr könnt das Ganze sehen. Jetzt gerade hier mit meinem Main-Account. Und ihr könnt meine User-ID sehen. Könnt mir natürlich auch gerne reinfolgen in AFK Arena selber. Und dann habt ihr auch schon die Möglichkeit, euch hier diese Mid-Real, heißt diese Währung im Übrigen, zu kaufen. Ihr könnt es sehen, wenn ihr euch dann zum Beispiel 99 Stück kauft. Die kosten 1,19 Euro. Es heißt eigentlich so, dass 1 US-Dollar gleich 100 von diesen Mid-Real sind. Aber da der Umrechnungskurs ja doch ein bisschen anders ist, ist es in dem Fall 1,19 Euro. Aber trotzdem spart man natürlich so gesehen ein wenig dadurch, dass man halt nochmal 5% extra bekommt, wenn man sich eben etwas über diese Seite kauft. Damit ihr das Ganze vielleicht auch ein bisschen besser versteht. Und zwar ist Plutomall Lilits Online-Marktplatz, wo ihr halt eben diese Mid-Real kaufen könnt. Wie gesagt, der Wechselkurs beträgt 1 US-Dollar gleich 100 von diesen Mid-Real. Ich hoffe, ich spreche die richtig aus. Der Kauf von diesen Mid-Real über die Plutomall bezeichnet einen zusätzlichen Bonus von 5%. Derzeit ist es nicht möglich, Mid-Real im Spiel zu kaufen. Das habe ich euch auch am Anfang des Videos schon erwähnt. Die einzige Möglichkeit besteht darin, Mid-Real über diese Seite Plutomall. Das ist halt einfach eine neue Währung in dem Spiel. Und wenn ihr euch diese Währung kauft, ihr könnt ja auch einfach mal auf diesen Leitfaden gehen. Ich denke mal, das wäre direkt vielleicht ein bisschen schlauer gewesen. Und zwar Mid-Real kann verwendet werden, um Pakete zu kaufen, die keine Abonnements sind. Also ihr könnt euch nur Pakete kaufen, die halt keine Abonnements sind, so wie es da halt steht. Was ich euch gerade zum Beispiel gezeigt habe. Wenn das Mid-Real in deiner Tasche die für einen zu kaufen des Items benötigte Menge erreicht, dann wird das Mid-Real zum Kauf des Items verwendet. Also ihr seht es hier zum Beispiel für wenn 99 von diesen Mid-Real, da dieses Paket so gesehen 99 Cent kostet. Du kannst die aktuelle Menge deines Mid-Real jederzeit in der Tasche einsehen. Also hier habt ihr es auf jeden Fall auch nochmal eingeblendet. Ich kann euch da auch nochmal ein Screenshot von einblenden, wenn das Ganze in eurer Tasche ankommt, wie das aussieht. Beziehungsweise Mail-Postfach und dann nochmal, wie das Ganze in der Tasche aussieht. Und aktuell kann man sich dann hier eben natürlich auch die Kaufmenge aussuchen. Und die Zahlungsmethode ist in dem Fall dann über Paypal. Hier gibt es auch nochmal ein paar Einzelheiten. Also Afgarina wurde zum offiziellen Zahlungscenter von Lilith hinzugefügt. Das Mid-Real, das du auf dieser Seite kaufst, wird dir im Spiel via Mail gesendet. Mid-Real ist ein neues Item, das zum Tausch gegen Pakete gleichen Wertes im Spiel verwendet werden kann. Deine Teilnahme an Events im Spiel wird auf der zusätzlichen Seite des Mid-Real-Kaufs basieren. Der Kauf von Mid-Real-Paketen auf der Seite berechtigt nicht zum Erhalt von VIP-Erfahrungen, Sonantennoten oder Continuum-Punkte. Du wirst sie jedoch erhalten, wenn du Pakete im Spiel mit Mid-Real kaufst. Also man bekommt ja immer, wenn man sich was kauft, ein bisschen VIP-Punkte und Sonstiges. Die erhaltet ihr dann natürlich mit dem Kauf dieser Pakete im Spiel. Während du offline bist, kann es eine Verzögerung beim Erhalt deiner Käufe geben. Solltest du sie nicht erhalten, versuche dich bitte erneut anzumelden oder kontaktiere den Kundendienst. Aktuell kann auf diese offizielle Plattform nur mit E-Mail-Adressen zugegriffen werden. Und das Event Mid-Real-Geschenke ist ein zeitlich begrenztes Event. Also es hält jetzt auch nicht ewig an. Wie lange es dieses Event gibt, kann ich euch nicht sagen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dann doch schon noch über ein paar Wochen in diesem Spiel dann am Start sein wird. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser neuen Währung in die Kommentare. Werdet ihr euch was kaufen? Werdet ihr euch nichts kaufen? Ich bin mal gespannt und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht es bis dort hin auf jeden Fall gut und ciao.